Yo, Video, Video, Intro, 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 ihr kennt das schon Heute gehen wir auf die Hard Und danach gehen wir ins P8 Ja, schon wieder P8 und so Aber ganz ehrlich, wo soll man in Karlsruhe noch hingehen? Also jetzt mal ernsthaft Kennt ihr sonst einen Laden, wo immer geile Konzerte sind Und coole Leute rumhängen oder Es gibt ja nur das P8 Oder deswegen heute Abend wieder P8 Meine Fresse Ja, wenn ihr irgendwie einen Tipp habt Hey, Albert, geh doch mal da in einen anderen Club Der ist auch voll toll Ja, dann sagt mal Bescheid Aber labert mich nicht voll Warum gehst du immer ins P8 So, ja, okay Und los geht's Warum ist deine Kunst soo scheiße? Wie viel verdienst du? Wie viel verdienst du? Was ist das? Hey, Moment Wird Alkohol nicht langsam langweilig? Und wann steigst du endlich auf gescheites Zeug um? Wie war das Konzert, Mo? Wie war euer Auftritt? Ich hab Missgeburt gesagt, du warst nicht da. Ey, ich war da, ich hab's noch nicht gesehen. Beim nächsten Auftritt bin ich da, mein Gott. Ja, okay, okay. Ja, aber ich war auf der Haare. Ja, aber ich dachte, ich dachte... Für diese Schmach, Schande. Ja, ja. Verbrechen gegen die Menschheit. Du hast gekocht, Ramona, ja? Ramona! Ja. Und das ist sicher vegan, ja? Bisschen Pfad, gibt's irgendwo Salz. Perfekt. Was ist das für eine Kamera? Eine GoPro. Genau, richtig. Ist das vegan? Ja. Ist der vegan? Ja, ich bin kein Veganer. Aber es ist schon wichtig, dass alles vegan ist. Versteht ihr? Der Final Verdict. Das ist richtig geil. Das braucht mehr Salz. Das war so... Das ist ganz richtig, dass der Peter pennt. Er pennt gar nicht mehr. Ich bin noch nicht. Das ist richtig geil, ne? Das ist richtig geil, ne? Das ist richtig geil, ne? Das wollen wir machen. Oh! Hallo! 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 Vielen Dank.